Sie fliehen in die Berge, obwohl sie hierbleiben und kämpfen sollten. Eumeas treu. Seine Männer werden zurückkehren und für ihren König kämpfen. Mit etwas Glück wird meine Suche nicht umsonst sein. Du musst die Leute nach Helms Klamm führen. Und zwar rasch. Angriff! Du, okay. Vielleicht, ja. Wir können vielleicht in diesem Doppel auch noch ein bisschen Geld sammeln. Wann ich, wann ich, wann ich, wann ich, wann ich. Stirb, du Schwein! Wo bist du, du Arsch? Da ist einer. Wo ist das für dich denn nicht? Hallo? Ich nehme mal lieber was. Los! Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich rede nicht so viel, ne? Legolas hat auch anscheinend unendlich viele Pfeile. Das scheint mir auch sehr logisch. Jetzt stopp schon! Friss meine Pfeile! 4 von 5, wo ist denn der Fünfte? Hier? Ja. Scheiße. Das war's für heute. 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 Ha! Er ist da drüben einfach von der Klippe gestürzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiße! Ach ja, stimmt. Der ist mittlerweile ins Klammer gekommen. Meine Güte. Das sind viele Charaktere. Das war ein wahre Abenteuer. Das Level war eigentlich relativ kurz. Also ging kurz vor... Von dann an. Wo? Muss ja sein. Blöd, dass man die... Dass man sie verhindern kann. Wom geht das nicht? Das ist so bescheuert. Ja, aber in Helms Clam, da gibt's auch noch gute Quests. Ach ja, und Entwürfe meinte ich. Bis zum nächsten Mal.